Willkommen bei einer neuen Folge Fortnite. Hier, letztes Mal habe ich den Prinz gespielt, heute spiele ich die Prinzessin. Das sind die zwei neuen Crew Skins und heute geht es wieder ein bisschen um Story. Ja, Jujutsu Kaisen ist auch da, aber ich kenne es nicht und deswegen interessiert es mich nicht, es tut mir leid. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich noch Phase 4 von 4. Ich muss mit Sloane reden, dann bin ich mal gespannt, was sie zu sagen hat, nicht wahr? Ansonsten, ich hätte den Scheiß noch, naja. Ja, ähm, legen wir einfach los, auf geht's, ja. Schauen wir doch mal. Hä? Okay, Just for Gaudi könnte ich jetzt eigentlich auch mal wieder Bauen spielen. Ach, ne. Jetzt läuft die Spielersuche schon. So. Ah ja, guck mal, Stromer, auch neuer Skin. Ja. Genau, die spielen halt wieder auf der Switch, ne, habe ich schon erwähnt. Und, ähm, jo. Season, die Season endet ja auch bald irgendwie 24. August, glaube ich, oder? Ja, ja, quasi. Das ist auch schon wieder in so knapp zwei Wochen, ja. Krass. Es soll kein Season-Event geben, aber, ja, es war eigentlich auch schon fast klar. Es wird's, es gibt sowieso fast keine Events mehr in dem Spiel. Es hat die Story quasi auch zu Ende, so, eben als großen Impact zu Ende erzielt ist. Ja. Ja. Dann geht's halt echt in die nächste Season und das ist dann auch die letzte für das Chapter. Und, ja. Da bin ich eben, wenn überhaupt, maximal noch dabei, mit ein paar Aufnahmen, bis wirklich das Chapter halt endet. Wenn überhaupt maximal, ne. Ansonsten, es geht ja eh auch auf meinem Kanal sehr viel eigentlich um Retro-Games, ne. Da geht's ja sowieso auch die ganze Zeit so weiter. Ich stream ja viel Retro. Und das wird dann auch immer auf YouTube schön hochgeladen. Eigentlich gibt's überwiegend Retro-Zeug auf meinem Channel, ne. Ist ja nicht so, dass es gar nichts mehr gibt nach Fortnite. Und ich hab sowieso ein anderes Game so ein bisschen im Auge. Das möchte ich mir aber auch erst anschauen. Vielleicht gibt's da dann irgendwie wieder Folgen, so, als Nebenprojekt. Fortnite ist ja nur ein Nebenprojekt. Genauso wie Monster Hunter Rise Sunbreak. Das zählt immer so als Nebenprojekte. Und ich hab halt schon was im Auge, aber da müssen wir mal schauen. So, zack. Wenn ich nicht die erste Landung bin, weiß ich auch nicht. Ah, die Prinzessin ist schon echt süß. Auch mit ihrem Kleid. Das Kleid ist das gefixt eigentlich mittlerweile, oder? Sieht gut aus. Weil die Zacken an der Seite haben immer das Kleid so ein bisschen hochgezogen. Aber sieht in Ordnung aus. Ich glaub, es klappt. Ich glaub, das Kleid funktioniert etwas besser wieder. So. Oh shit. Warum bin ich jetzt hier gelandet? Ich bin so ein Depp. Ich muss zu Sloan, Mann. Oh. Der Fisch ist legendär. Nice. Ein legendärer Fisch. Ja, guck mal. Jetzt muss ich ja ganz da hinten hin, Mann. Was hab ich... Was hab ich mir dabei gedacht? Naja. So ist es halt jetzt. Was liegt da? Ey, echt dieser Effekt. Man sieht einen Scheißhaufen. Das ist doch eigentlich echt mega der schlechte Effekt. So, Wolf. Was ist hier wieder los? Was ist hier wieder los, Mann? Jetzt komm. Hopp. Hallo. Oh, das hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Ey, nicht mein Fisch essen. Ihr habt mein Fisch gegessen, oder? Naja. Ich brauch sowieso einen von euch, weil wir müssen jetzt zu Sloan reiten. Hilft ja alles nix, ne? Da wird gefightet. Sollen wir mal rumschauen? Können wir mal rumschauen, oder? Können wir mal gucken. Oh, das war knapp, du. Was? War dann mal nicht mehr so knapp. Was treibt ihr da eigentlich? Lass mich mal von dem Scheiß runter. Oh, mies. Ich schieße mit einer Scheiß Grauen. Was ist das? So, du da noch. Ciao. So nämlich, gell? Weil letztes Mal was zu laut ist, ist fast zu leise. Ich mach mal so die Lautstärke ungefähr. So, okay. Das da nehme ich, denke ich. Wobei, jetzt, Moment mal. Oder? Was ist denn da noch alles? Ja, okay, pass mal auf. Wir machen so und dann nehmen wir das so mit. Dann passt es schon. Ähm. Wolfi, komm her. Komm. Ja, Feini. Ja, ne? Genau. So. Jetzt aber zu Sloan, wa? Auf geht's. Wollen wir nochmal schauen. Die wartet schon. Hm. Ja, scheinbar ist das Kleid gefixt. Das ist gut. Das sieht einfach ein bisschen seltsam aus. Hm. Ja, sind schon... Sind schon süße Skins eigentlich, die beiden Prinzen, Prinzessin oder so. Sind ganz cool. Da ist auch wieder die Hölle los. Aber ich reite jetzt einfach weiter. Reite wie der Wind, Wally. Müssen wir mal wieder Toy Story schauen. So, Sloan. 700 Meter noch. Hm. Junge, ich kann es nicht lassen. Ich muss gucken. Eben. Ich muss da sowieso Orte. Äh, besuchen. Was treiben die da? Ich hasse dieses, äh, Ding. Es trifft halt irgendwie so seltsam. Ach komm, wir gehen doch weiter, komm. Was soll's, hm? Der Waffeldoktor. Ah, ja. So, okay. Ja, 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 ja. Erhalte Anweisungen von Sloan. Da bin ich ja wirklich mal gespannt. Ich hoffe, dass trotzdem irgendetwas passiert. Auch wenn nicht mehr so wirklich Story ist. Ein kleines bisschen ist ja irgendwie da. So sehr im Hintergrund halt. Es wird halt nicht mehr aufgezogen, ne? Mit, mit so Events und so. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr im Hintergrund. Bis gar nicht mehr da. Aber irgendetwas passiert ja. Sie bauen ja irgendwie ein Tor. Und Sloan ist irgendwie da und faselt irgendeinen Schmarrn. Also irgendwas geschieht ja doch. Und da hoffe ich mir ja wenigstens ein Chapter-Finale, ne? Das wäre ja wenigstens mal was. Mhm. Schauen wir mal. Puh. Joa, Sloan ist irgendwie weit weg, wa? Verrückt. Das ist hier. Okay, crazy. Äh, so, ne, keine Ahnung. Okay. Hm. Ist ja auch schon alles geludet, Mann. Wolf, kannst du noch? Oder dann lass mal los. Rennen. Ah, ihr müsst irgendwie da vorne auch irgendwo sein schon. Moment. Die gönne ich mir aber. Ne? Wiedersehen. Hm. Hallöchen. Hä? Ach, der Stuhl. Ich dachte kurz, da steht jemand drin. Hä? Wäre auch lustig gewesen. So, was ist jetzt hier? Hä? Die müsste jetzt da oben sein. Jetzt pass mal auf. Sloan? Sloan? Was geht ab? Erfinderin Sloan. Ja, so würde ich sie jetzt nicht unbedingt nennen, denke ich. Aber gut, dann hau mal raus. Du hast mich beeindruckt und das sage ich nicht leichtfertig. Eine für mich wichtige Skizze ist in den Händen eines zweitklassigen Ganoven namens Stechrochen gelandet. Sie gehörte Risswächter Stellan, dem Erschaffer des gescheiterten Riss-Tors nahe der Zitadelle? Dem Erschaffer des gescheiterten Riss-Tors. Ja, das an der... Ja, ich verstehe. Die Skizze ist schwer bewacht in einer geheimen Einrichtung unter Lonely Labs. Verirr dich dort nicht. Ja, denn wir haben ja schon eine an der Zitadelle, ein Tor. Und das ist ja kaputt gegangen. Genau, und jetzt bauen wir ja nochmal eins. Ich weiß nicht. Ich schnapp dir die Skizze für das raffinierte, kinetische Erz. Hä? Für das raffinierte, kinetische Erz? Wo denn? Ja, da oben! Arschkrapfen! In Isen... Oh mein Gott! Jetzt darf ich den ganzen Scheißhaufen wieder zurück. Quasi. Ist auch so cool, der Panzer aus Chapter 3 hier noch, weißt du? Das ist immer noch echt eine coole Anspielung hier. Wundervoll. Oder hast du das Anspielung? Ja doch, ist ja auch eine Anspielung. Passt schon. So, so, so. Mein Wolf wurde scheinbar gegessen. Den gibt's nicht mehr, aber gut. Hm. Gibt's hier irgendwo ein Rissding? Ich würde mich verdammt gerne wegrissen jetzt. Au, ernsthaft. Schafft's am Schrot. Ah. Ich komm hier nur so semi weg, ne? Shit. Ja, Riss-Tor. Ich bin ja wirklich gespannt, was mit diesem Riss-Tor noch sein soll. Vielleicht passiert ja echt noch was, aber man merkt schon. Ja, Story? Hä? Was dies? Gibt es fast nicht mehr. Ja, okay, Dino, dann komm halt her. Komm, 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 die Reiten. Komm, komm, jetzt hopp. So. Also. Also. Oh mein Gott, das ist doch... Ja, nee, brauche ich nicht mehr machen. Brauche ich wirklich nicht mehr machen, die Folge. Das ist schmarrn. Ja, nächstes Mal. Na gut. Wissen wir Bescheid. Machen wir das mit der Skizze next time. Hey, what the fuck? Ich seh den nicht mal. Hä? Na da. Ich hab mein Dino getötet. Geht so nicht. Oh ja, meine Lieblingswaffen. Hm. Wie das einfach schon wieder ein neuer Dino ist. Hä? Okay. Auch gut. Äh, was eher? Was denn da sind? Okay. Hä? Aha. Aber hey, Gold. Voll wichtig. Aber hab ich eigentlich schon alle Charaktere so? Ja, ne? Weil da gibt's wieder neue. Es gibt wieder neue. Großartig. Da unten. Es lautet, was von Stechrochen erzählt. Vielleicht ist das ein neuer Skin hier. Stechrochen. Mhm. Ja, muss ich auch mal vorbei irgendwann, ne? Naja. Mhm. Gut, gut. Äh. Hä? Blut? Oh, fabelhaft. Mhm. Hm. Äh. Schlamm lässt mich fett aussehen. Hier ist doch wer. Hier sind Steps. Klar ist hier wer. Hä? Hä? Ach, Quatsch. Okay. Ja, oh Mann. Die Server sind echt komisch zeitverzöger. Das kann doch nicht so schnell sein. Wurde ich jetzt weggesnipet, oder? Das war doch jetzt nicht die Explosion, oder? So früh. Ich meine, der steht an der Tanke, oder? Oder tut er nicht? Das war doch jetzt nicht die Explosion, oder? Jetzt mal. Was zum Fick. Ach, was auch immer. Dann war's halt lustig. Ist auch okay. Dann war's irgendein lustigen Schmarrn jetzt halt wieder. Fortnite halt wieder. Was weiß ich denn? Ich dachte, hey, ich spreng den ganzen Bums, fahr dann so runter, und dann stirbt der. Aber okay. Dann stirb halt ich. Auch gut. Ja, dann ist ja auch okay, ne? Dann können wir gleich nächste Folge zum Labor gehen, oder so. Ist doch auch ganz witzig. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal, nicht? Ja. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.